Sooo, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders Ja, im letzten Part sind wir hier im Seraphim Hotel gelandet Dem war vom feurigen Rat verurteilt worden Aber angeblich, äh, das Gleichgewicht, das Gesetz missachtet haben und so Und ja, das sagt der Beobachter Halt die Fresse, mach ich doch Ja, wie ihr es schon gehört habt, ja, wir sind Volkern suchen Und zur Stelle einfach ein paar Autos, weil es gibt halt Seelen Und so cool wie es am Anfang war Unser Schwert ist es schon lange nicht mehr, weil es auch seiner Kraft beraubt würde, genau wie wir Und das ist einfach nicht geil, sowas Daher Müssen wir uns alles wieder selbst zusammen Müssen wir uns, unsere Kräfte langsam wiederholen Achso, ja, da bespungen denken, kann ich Ah, gerade so Okay, krieg kann sich am meisten fein Pistole Oh, sind die süß Hier kommt das Begrüßungskomitee Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Ja, das hört sich gerade vor Ich meine Ja, das stimmt auch, das hofft, dass man sich Vorstellt Also dann, da ne, so wie ich es gerade mache Weil Menschen halt gemein sind Nächstes Wer will noch? Wer will hier noch? Hallo Ja, da kommt keiner mehr Also da dann Da habe ich in die Luft gejagt Ähm, hier konnte ich nicht lang Und da kommt ein fetter Okay Ja, er hofft sich in die Luft Leuchtende Handschuhe Kriegshandschuhe leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten Zum Beispiel Kisten oder Tieren Drücken Sie B, um sie zu aktivieren Das ist mal ganz ruhig hier Oh, der darf Dem aufzukommen Daher Gucken ob hier was ist Nein Dann gehe ich wieder hoch Und wir sind hier Na cool In Vorhalle würde ich sagen Auf jeden Fall Vorher sagen Aber reich Ich werde mal den Klingengeiser hier benutzen Da Dort ist eine Kälbe Scheiße Da will ich immer auf mich zurennen Und mich umarmen Aber das lasse ich nicht zu Weil Mit solchen Typen So was stehen Nicht auf keinerlei Ganz und gar nicht Tja Habe ich dich auseinander Ja, Mädel Doch, Kerl oder Was auch immer du darstellen sollst Zombie Und dich auch noch Dann nehme ich das Leben hier mit Ich brauche ein bisschen was Und da habe ich da jetzt nicht unbedingt Sieht mir recht ungesund aus Objekte verschieben Bestimmte freistehende Objekte In der Umgebung Können von Krieg verschoben werden Drücken und halten sie B, um Objekte zu verschieben Okay Mache ich da teilen Ich höre ja ab und zu mal aufs Spiel Muss ich ja Sonst komme ich ja nicht weiter Was traurig ist Sehr Einenfalls reiches Moveset Die habe ich auch weg Und weiter geht's Und alles Wackelt Und vibriert Und Absturz Hier gibt es nichts für mich Also gehen wir da rein Oh nein Wir sind eingesperrt Ganz viele kleine Gegner Die zu schlecht sind Um mir was anzuhaben Eigentlich Normal Können sie nicht in die Gruppe Aufdauchen Können sie auch mal dodgen Aber ich bin immer zu faul Dafür Dafür Verzack Yay Da hängt mich schon auseinander Ah komm ich nehm dich auseinander Hab ich Bock gehabt Und so wie es aussieht Klappt das noch nicht so gut Und finishen Lass mal ein bisschen die Fresse verlieren Und dann durch den Kopf durch Vielen Dank Du hast bekommen was du verdienst Und weiter geht's Wow Das war knapp Äh Ja Nein Doch Ich find das zu blöd Okay Hallo Zombie Hier gibt's nochmal leben Für mich Yes Kann ich noch ein bisschen Gebrauchen Und ich bin wieder faul Hab zwar nichts gesoffen Aber ich bin voll Und wir haben die Kreuzung erreicht Cool Wie lange war ich fort In Erdenjahren Ungefähr ein Jahrhundert Lange genug Dass die letzten Mundatmer Aussterben konnten Dann ist das dritte Königreich verloren Alles stützt hier ein Aber ich bin ja da Subtil Ich hab dich fast nicht kommen gehört Vulgrim Der Rat hat mich also endlich ernst genommen Wenn das so ist Wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen Hat's geschmeckt Da waren Ein paar junge Leute Spektakulär Du willst wissen Welche Macht hinter dem Zerstörer steckt Du wirst die Antworten Und die Quelle seiner Macht Dort finden Hast du es so eilig zu sterben Du bist nicht einmal ein Schatten Deines früheren Selbst Du würdest nicht einen Moment überleben Abgesehen davon Ist der Weg zu dem Turm Durch Dämonenmagie verhüllt Nicht einmal ich kenne den Weg Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger Dann stelle ich Deine Neugier Penner So haben sie 500 Seelen für Vulgrim Na dann fange ich mal damit an Vorratssucher Ein Gegenstand der Dämonen Der die Lage aller Drohnen im Feld Auf der Karte entwirrt Schnitzel aber noch ein paar Gegner Das dauert für mich zwar länger Die Seelen zusammen Da sind überall Drohnen versteckt Da könnten unter Umständen Seelen drin sein Ich könnte mir grad mal gestorben bleiben Da kriegst zwar einen Haufen Seelen Aber du kannst mir grad mal gestorben bleiben Es war Beben Richtig Ne Seelen Tauchen Drücken sie B zum Abtauchen Y zum Auftauchen Und RB zum schnellen Tauchen Und Artefakt Soldat Diese alten Insignien wurden den Legionen der Hölle als Trophäen für das Blutbad in den letzten Tagen der Welt überreicht Bringen sie sie zu Vulgrim damit er sie dafür entlohnt Ja Da sieht man sich Wie Dämonen drauf sind Hier ist Da hinten noch einer Die ist voll mit Leben Und da komm ich nicht durch Okay Ich weich immer noch voll Drei Ich weich immer noch voll Drei Geh weg You will be defeated by me Och Mano Och Mano Und bin Siegt Arschloch Tja Hättest dich ja doch nicht mit mir anlegen sollen Soll ich will mein Leben wieder Und dann guck mal Da gab es noch ein paar Bereiche mit Seelen Da hinten haben glaube ich noch welche Gibt es vielleicht Umgebung zu stecken Da kriege ich manchmal ein paar Da würde es sich sogar lohnen alles kaputt zu machen Ja mit den Seelen Ja mit den Seelen Ja mit den Seelen Ich sage mal Och ich habe genug Seelen Cool Wir haben jetzt genug Seelen um Wulgrams Hunger zu stillen Vielleicht kann er jetzt unsere Neugier stillen Nein kann er nicht Diese alten Tore haben ihren eigenen Kopf Aber hiermit wirst du vielleicht verstanden werden Hinter dem Tor musst du Sammels Gefängnis suchen Einst war Sammels Macht fast so groß wie die des dunklen Prinzen Manche sagen sogar er sei eine Bedrohung gewesen Du wirst feststellen Dass er kein Freund des Zerstörers ist Komm zu mir Wenn du noch mehr Seelen gesammelt hast Ich werde dich dafür entlohnen Okay So Finden sie die Dämonen Sammels Ich habe fast keine Seelen mehr Erdrufe Ein meisterhaft gearbeitetes Horn Dessen Ruf uralte Tore weckt Drücken sie RT um das Horn zu benutzen Wenn sie es tragen Manche Lebewesen werden vom Ohren betäubenden Ruf des Horns auch zurückgestoßen So Ausrüstung zu weisen Wählen sie den gewünschten Ausrüstungsgegenstand aus Weisen sie die Ausgebeten einen Ausrüstungsplatz zu Drücken sie Steuerkreis um Krieg im Spiel mit dem Gegenstand auszurüsten Das geht dann so Dann fliegen die erstmal weg Die Masse wird wegfetzen Das ist immer gut Ich weiß gar nicht mehr, dass Krähen mir überhaupt Leben geben Da sind noch drei Und da kommt eine neue Gegnerart Die mir gerade total egal ist Blocken Drücken sie RB während sie auf der Stelle stehen Um einen Angriff abzuglocken Ist mir so egal So jetzt geht es hier aber ab Ey Und dann finishen wir den mal Lass das Bein abschlagen Und dann da ist Gut Dann sammeln wir das hier Jetzt kommen noch mehr Gegner Ich habe es doch schon gehört Und das klingt nach so einem Fettsack Weg, weg, weg Ah, da habe ich den Hydranten kaputt gemacht Tut mir jetzt aber nicht leid Ach so Das gibt meiner Leben Das werde ich gleich wieder brauchen Und dann finishen kann ich sogar andere Gegner Schaden machen damit Aber Und fair Ich musste meinen Teil mal wegdrücken Ich lasse der so abnervt noch Und fair Diese ganze Masse auf mich zu hauen Na klar Jetzt mal bist du platt Mein Freund Finishing Ja Und wieder den Kopf aufschlitzen Jetzt gehen wir zu den anderen Finishing Bäm Finishing Bäm So Das war ja Entspannt Hier kommen gleich noch ein paar Gegner Gerade hier Oh Ich habe ein bisschen mit dem Jongliert Das Bein abschlagen Das Feature Das ist ja der es macht Beim Finishing Meine Seele So jetzt mache ich mich auf dem Acker Geh weg Ich habe es gleich Ich habe es gleich leider Ich gehe jetzt nur noch schnell zu Wolken rüber Dann werde ich entspannt Und abschließen können So dann Speichere ich nämlich Ja Speichern So Ja Und dann würde ich sagen Wie immer wenn es gefallen hat Daumen nach oben V-Abo Kommi Und Dann sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dahin Ciao Ciao